Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, muss in der Regel erstmal warten. Denn bis die Rentenversicherung über deinen Antrag entschieden hat, gehen mehrere Wochen ins Land, oftmals auch viele Monate. Aber was ist, wenn dein Krankengeld bereits ausgelaufen ist, vielleicht auch schon das Arbeitslosengeld? Und wie steht es jetzt um die Krankenversicherung? Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz. Und erst einmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ausgegeben im Anlass, wie man so schön sagt. Denn hier melden sich immer wieder Leute von euch, also unsere Zuschauer auf YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch grundsätzlich darüber, dass wir viele Zuschriften bekommen bei YouTube in den Kommentaren oder auch über E-Mail und über unseren Blog. Aber, und das muss ich nochmal ganz klar sagen, ich persönlich kann und darf keine persönliche Beratung vornehmen für euch. Weder beim Krankengeld und auch nicht zur Rente. Dafür gibt es wirklich meine Kolleginnen und Kollegen in den Sozialberatungsstellen des SoVD. Die gibt es auch in ganz Deutschland. Den Link dazu packe ich euch einmal unter das Video. Wenn es um allgemeine Fragen und Wünsche geht, zum Beispiel was wir hier auf YouTube mal im Rahmen eines Videos erklären sollen, dann könnt ihr mich natürlich gerne anschreiben. Entweder direkt über YouTube unter die Kommentare oder auch gern über meinen Instagram-Kanal. Das blende ich euch hier einmal kurz oben ein. Im heutigen Video geht es um den Antrag zur Erwerbsminderungsrente und die Frage, wie es da mit der Krankenversicherung aussieht. Normalerweise beziehst du ja vorher das Krankengeld oder das Arbeitslosengeld. Und in diesen Szenarien bist du ja ganz normal krankenversichert. Entweder beim Krankengeld über die Krankenversicherung oder wenn du schon ausgesteuert wurdest, also wenn das Krankengeld ausgelaufen ist und du Arbeitslosengeld bekommst, dann überweist die Arbeitsagentur für dich Beiträge an die Krankenversicherung. Du bist also auf jeden Fall krankenversichert. Was ist aber, wenn du keinen Anspruch hast auf das Krankengeld und auf das Arbeitslosengeld? Bist du dann überhaupt krankenversichert? Wie sieht das aus? Gucken wir einmal auf das Ende des Krankengeldes. Wenn das ausgelaufen ist, dann bist du, egal was jetzt danach passiert, erst mal vier Wochen sicher. Denn hier gilt die sogenannte Nachversicherung im Rahmen der Krankenkasse. Also wenn das Krankengeld ausgelaufen ist, selbst wenn du noch keine anderen Leistungen beziehst, bist du auf jeden Fall vier Wochen lang weiterhin krankenversichert. Danach muss man gucken, möglicherweise über ein anderes Familienmitglied, also über die Familienversicherung. Oder es besteht natürlich auch fast immer die Möglichkeit, sich freiwillig zu versichern. Anders und tatsächlich viel einfacher ist es, wenn in diesem Zeitfenster bereits ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente läuft. Denn dann bist du automatisch ab dem Zeitpunkt, wo dieser Antrag bei der Rentenversicherung eingegangen ist. Ab diesem Zeitpunkt bist du Mitglied der Krankenversicherung der Rentner, der KVDR. Wenn du also lange auf die Entscheidung der Rentenversicherung zur Erwerbsminderungsrente warten musst, dann ist das manchmal tatsächlich ein finanzieller Kraftakt, wenn du kein Krankengeld oder kein Arbeitslosengeld bekommst. Vor dem Hintergrund der Krankenversicherung, des Krankenversicherungsschutzes, gilt aber erst mal Entwarnung, weil du eben über diese KVDR krankenversichert bist. Ab dem Zeitpunkt, wo du den Antrag stellst. Kleine Ausnahme, das gilt nicht, wenn du vorher privat krankenversichert gewesen bist. Dann bist du nicht Mitglied der KVDR. Ansonsten für gesetzlich Versicherte bist du safe. Hast du dich schon mal gefragt, warum die Höhe der Erwerbsminderungsrente so unterschiedlich ausfallen kann? Hängt das vielleicht mit den unterschiedlichen Erkrankungen zusammen, die dahinter liegen? In diesem Video bin ich dieser Frage mal nachgegangen. Und für heute war es das. Ich hoffe, du konntest für dein Leben, für deinen Alltag einiges mitnehmen. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage tschau und bis bald!